Hallo Leute und willkommen zu deinem Part von Pokémon Steht. Wir spielen weiter hier auf dieser Brücke. Wir haben im letzten Part die ganz schönen Luschen besiegt. Dazu gehörten unser Rivale, aber auch das Team Yell, die ja mich mal wieder sehr überrascht haben mit ihrer Schlechtigkeit. Aber okay, hier finden wir noch ein paar Federn. Vielleicht ist es auch ein Hinweis auf irgendetwas, aber ja, ich weiß jetzt nicht. Auch nochmal die Flinkfeder. Ich denke mal, das soll die Flinkklaue ersetzen, oder? Ich weiß es nicht. Der letzte Part ist ja noch nicht online. Da habe ich das ja schon gefragt. Diese Brücke ist echt lang. Da unten sieht man, glaube ich, eine Naturzone. Da ist eine Geniefeder. Okay, gucken wir uns gleich alles an. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das war, aber okay. Okay, aber gehen wir erstmal in den Beutel und schauen uns das jetzt mal an. Ähm, wo sieht man das denn? Äh, Trainingstasche? Yo, wählt mal dieses Item auf einem Pokel an, wird der dessen Spezialangriffs Basiswert dauerhaft erhöht. Spezialverteidigung. KP. Ähm, was könnten wir denn da auf... Ich möchte auf jeden Fall irgendwas... Ich möchte auf jeden Fall irgendwas dann, ähm... Den guten alten... Den guten alten... Smashy erlernen lassen. Ich glaube, dann einfach... Ähm... Ja... Achso, das müssen wir direkt einsetzen. Ach so! Ich dachte, es wird gegeben. Kann dann einfach wieder entnommen werden. Naja. Ach Digga, ich wollte doch gerade einfach nur... Den Pokéball mir holen. Mann. Ach Digga, das ist schon wieder so hässlich. Warum seid ihr alle so hässlich? Okay. Naja. Ich kämpfe jetzt vielleicht zugleich. Ich komme mit dem Pflanzen-Pokémon, was JP vorweg gehauen hätte. Naja. Aber setzen wir einfach mal bis ein. Das sollte, glaube ich, reichen. Ne? Joa. Das geht auf jeden Fall. Blattwerk zieht nicht viel ab. Und weiter mit bis... Weiß gar nicht, ob auch Funkensprung normal effektiv ist. Wir könnten es ja mal testen. Aber Pflanze und Elektro konnten sich ja nie so gut verstehen. Jetzt werden wir es testen. Ja. Also Pflanzen-Attacken sind auf Elektro normal effektiv. Aber Elektro-Attacken auf Pflanzen-Pokémon sind anscheinend nicht sehr effektiv. Gibt es eine Logik? Nein, gibt es nicht. Warte, ist das nicht diese Fledermaus? Ja. Der Fake-Zubart. Wie geil-Keyn den früher genannt hat. Domtendor. Damals auch geil-Keyn. Zu Pokémon-Schwarz-Zeiten. Ja! Danke. Danke, Smashy. Bester Mann. Okay. Vielleicht können wir... Vielleicht können wir... ...noch ein Level erreichen. Oder sogar ein paar. Damit sich Smashy noch weiterentwickelt. Oder hat er überhaupt noch eine Entwicklung? Ich glaube schon. Ja, muss das so sein. So, du kriegst jetzt mal einen Super-Trank ab. Und dann gehen wir weiter. Wenn wir uns erst mal das... Drei-Kapseln-Spezial-Angriff... Okay. Endlich mal neue Trainer. Finde ich ja schon irgendwie geil. Nein, Spaß. Was ist mit ihrem Mund passiert? Alter! Alter! Was mit ihrem Mund passiert? Naja. Ähm, ja. Jetzt weiß ich nicht, wie ich vorgehen soll. Psycho hätte vierfach Schwäche gegen ihn. Wir beginnen eigentlich, glaube ich, einfach mal mit Rotenschlag. Bitte nicht genau. Ich kann sinken. Okay. Erste Verteidigung. Weghauen. Und dann kommt Funken-Sprung hinterher. Let's go. Oh, geil. Also die Genauigkeit wurde minimal verändert. Und trotzdem darf ich zweimal nicht angreifen, ey. Junge, was ist das denn? Wenn ich jetzt wieder nicht angreifen kann, ich flipp aus. Okay. Vielen Dank. Einfach nur ein... Also, nee. Also, wirklich, nee. Also, wirklich, nee! Wirklich, nein! Was zum Fick? Was? Alter, Digga, du bist so eine kleine Missgeburt, Mann. Genauso wie deine Trainerin, ey. Wirklich. Es wäre mal wieder so Pokémon-Schild-like gewesen, wenn ich jetzt vergiftet werde. Doch nicht. Danke, Leo Rasch. Danke, Digga. Es setzt dreimal... Dreimal Giftstachel ein. Also, wie am Ende muss man sein? So ein lächerlicher Kackmann. Da muss ich ja noch sachlich werden. Wirklich, verpiss dich, Alter. Verpiss dich. Wir sind noch mal hier 2.000 Euro abgezogen. Das geht klar. Okay, aber... Dann wollen wir wieder... Obwohl... Wir erreichen ja ein neues... Stadt. Deswegen brauchen wir nicht mehr heim. Wir sollten jetzt... Warte, wir waren jetzt auf Route 5 und... Wir sind jetzt in Kiel. Genau. Und da hinten ist die Wasser-Arena. Sieht sehr nice aus. Sieht aus wie Ostsee. Oder generell wie... Als würde man am Meer sein. Gefällt mir. Okay, gehen wir aber erstmal ins Pokémon-Center. Ich finde das Pokémon-Center sehr low. Muss ich sagen. Weil, Digga, wir leben einfach... Guck mal, was hier alles für eine Technik ist und alles. Digga. Und das von außen sieht aus wie ein Fachwerkhaus. Wie oft will die mir das eigentlich noch erzählen. Aber egal. Wir gehen nun... Es tut mir außerordentlich leid. Aber Digga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nur ein wenig Ruhe. Na schön. Dann auf Wiedersehen. Bis bald, hoffentlich. Hey, bleib doch noch ein bisschen. Ich geb gern ein paar Autogramme. Ja, g'nste. Digga, was ist mit dem passiert, ey? Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia. Aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin... Immerhin... Immerhin sind es Sie... Sind Sie es, die uns zu denen machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Will Sie denn Rosé? Wenn Sie... Wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Hm, oh... Wer warst du noch mal? Ach ja, Spasti. Ja, Spasti, mein Name. Ach ja, Spasti. Das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön... Du hast dich ganz schön hässlich gemacht. Dass ich hier... Dass ich dir das... Damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst... Zu den Schlechtesten der diesjährigen Arena Challenge Versagst du dazu. Die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre an, dass Ex-Edition hier mitspielt, Herr Präsident. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Ich bin so ein Fan von ihm. Doch nun werde ich... Sie... Werde ich hoffentlich Ex-Edition nicht enttäuschen. Und auch die Wasser Arena schaffen. Oh, wenn das mal nicht Jürgen ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du drauf hast, Mann. Was hätte eine gute Idee in dir geschehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Ja, mir kommt gerade mal wieder einer meiner hervorragten Ideen. Wo wir sicher als nächstes Kate herauszuhören, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und dich zum Essen ein. Wenn es sein muss. Das wäre bestimmt ein gut gelingt, um einen Nenner besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rosé, aber die Zeit drängt. Schreien dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Gala-Region. Hast du auch eine Behinderung? Naja. Liga-Position hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Ohren errungen hast. Naja. Okay, dann sei es so. Wir wollen zur Wasser-Arena gelangen und die nächste Arena-Challenge sowie den nächsten Orden kriegen. Jetzt sag aber nicht, die Arena ist gesperrt, bitte. Du bist ein Arena-Challenger, oder? Wenn du nach der Arena-Kette suchst, dann findest du sie beim Leuchtturm. Geh einfach von hier aus in Richtung Mehrheit. Du musst nichts übersehen. Alter Vater. Wirklich. Ernsthaft. Aber naja, wo ist der Leuchtturm? Hier sind mindestens zwei Supertränke. Och, Digga. Nee, das... Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Äh... Jo. Ähm... Ja. Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die dir höchstpersönlich empfohlen hat. Sie kennt mich. Jeder kennt mich hier. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Ich hab's doch schon gesagt. Ja, du Nachwuchster, damit du auch über mich Bescheid weißt. Scheiße! Ich hab auf ihre Nummer gewartet. Was? Nein. Alles gut. Und wenn wir dann mal zu meinem Zimmer... Äh, zu Stammideon gehen? Natürlich. Es wäre ich jetzt lieber, in Ruhe zu angeln. Jetzt hab ich richtig Lust auf einen Kampf. Ich auch. Aber so richtig. So, wer ist das hier eigentlich? Er ist ein Schotter der Pokémon, die der Erzähling nach dem Leuchten beschützt haben. Kommen wir mir jetzt nicht bekannt vor. Aber okay. Gehen wir zur nächsten Arena-Challenge. Und halten uns nicht von diesen Terroristen. Ey, ich verwechsel das immer. Terroristen und Touristen. Touristen? 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 Keiner weiß, ob man das richtig ausspricht, aber okay. Okay, dann wollen wir mal hier mal wieder ein bisschen einkaufen. Dazu gehört ein Supertrank. Kaufen wir Nummer 10 ein. Dann... Haben wir eigentlich alles so, wie es geht? Und was ist hier drin? Nix. Okay. Aber wie kann ich jetzt mein Stahl-Outfit anlegen? Was ich mir ja mal gekauft habe für nicht so wenig Geld. Okay. Ja, also ist es hier nirgendwo. Ich verstehe es nicht. Kann man das hier irgendwo einstellen oder was? Kann man das irgendwie bei der Liga-Karte einstellen? Karten-Code. Es ist so lächerlich. Und wenn ich Geheimgeschenke? Warte mal, Pay Internet empfangen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Keine Geschenke. Okay. Okay. Oh Gott, Mann. Okay. Ja, das ist... Hier, guck mal, die Stahl-Outfit von die Menschen. Ja. Aber wieso kann ich sie nicht anziehen? Das weiß kein Mensch, ne? Aber ich kann mich ja auch hier nirgendwo umziehen. Geld ist stark. In dieser Stecke liegt ihre Schönheit. Digga. Es war wieder geil auf sie. Hallo, Arena-Changer. Möchtest du dich an unserer Arena-Mission versuchen? Ja. Darf ich dir dann zuerst bitte, deine Uniform anzuziehen? Du klettest gleich da drüben. Digga, Mann. Bitte, Stahl! Och. Jetzt sehe ich wieder so schwul aus, Alter. Bitte, Mann. Wie kann ich das machen? Okay. Dürfen wir eigentlich schwimmen? Also schwimmen kann ich ja ganz gut. Wie Mausmann Streams weiß. Ja, bei der Niner-Mission ist hier so schade. Jetzt musst du den Weg durch dieses Übereinsorgen der Wasserlevel in Wien dann. Wie du siehst, hat dein eigener Wege, der durch die Wasserfälle blockiert. Du fragst dich ja, wie du die Bleis überwinden kannst. Wenn du drüben auf den Schaden rückst. Oh. Was ist das jetzt? Findest du den Sichersteller aus? Nein, wäre eigentlich schon leider gesagt, ich kann losgehen. So, los geht's. Okay, let's go. Warte. Du siehst aus wie die andere, aber okay. Ich mag alle Frauen. Nicht alle, aber die meisten. Fast alle. Nur manche Frauen mag ich nicht. Weil die ein bisschen assi sind oder ein bisschen dummierter Bier sind. Es war natürlich so klar, dass das erste Wasserbocken natürlich auch einen Bodenattacker haben kann. Und natürlich auch noch mit dem KP überlebt. Ach, Digga, fick dich. So, Funkensprung nochmal dann halt. So. Muss ganz kurz gucken, wie viele Minuten sind. Okay. Können wir auf jeden Fall noch einen Trainer machen. Auf jeden Fall. Und jetzt haben wir Barbara besiegt. Wer ist denn Barbara? Ich kenne nur Barbara, die... Ne? Barbara, dicke... Ne? Ich glaube, so war das. Okay. Bisschen laut, ne? Naja. Achso, da hinten ist noch der, ähm... Goldenscheid. Achso, den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Deswegen gehen wir da auch gleich hin. Weil du hast die Position getauscht. Äh. Claudia. So heißt meine Tante. Aber okay. So, das sollte jetzt keine Bodenattacke können, hoffentlich. Aber bestimmt jetzt kommt irgendwie so... Erdbeben. Okay, das sollte jetzt nichts allzu besonderes sein. Funkensprung, wenn es heute kaputt sein. Nein. Sollte nicht so viel ab... Das hat mir abgezogen, anstatt... ...ja, Attacke selbst. Mindestens das funktioniert. Okay, Erfahrungspunkte wieder. Und Krebskorps, okay. Ja, wir könnten eigentlich auch die komplette Arena mit Adriano machen. Könnten wir auch machen. Würde aber länger dauern. Und ich glaube, Smashy braucht auch mal ein bisschen Action hier. Oh, Digga. Das könnte aber nicht gut enden. Digga. Ähm, Adriano, dein Einsatz. Und Workpool noch mal. Warum könnt ihr denn alle im Workpool, Alter? Sind ja alle so reich, Mann. Es ist einfach so unlogisch, dass ich da drin gefangen bin, obwohl ich ein Wasser-Pokémon bin. Sollte ich mal jetzt das Pokémon natürlich. Wieso hat er den Tiefschlag nur fünfmal? Aber egal. Okay, ich glaube, ich gebe auch noch, ähm... Smashy dann noch den... Das Teil, das er schneller angreift. Also, die innert sich stärkt. Aber okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch eingefallen. Wenn ihr ja, lasst euch ein Abo da unten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.